Mein Name ist Alexander Kerner. Ich bin Bürger der Deutschen Demokratischen Republik. Und ich habe ein Problem. Die Mauer ist weg. Morgen Alex. Ist schon soweit? Eigentlich ist das kein Problem, aber meine Mutter hat von all dem nichts mitgekriegt. Sie liegt seit Monaten im Koma. Nur jetzt ist sie aufgewacht. Was soll ich denn jetzt machen? Sie müssen nicht jegliche Aufregung, ja nur die Gefahr einer Aufregung von ihrer Mutter fernhalten. Ein zweiter Infarkt wird sie nicht überstehen. Interessiert? Mama soll ihr Zimmer genauso vorfinden, wie sie es verlassen hat, ja? Ist das jetzt nicht dein Ernst? Doch. Auf tapfer 79 Quadratmetern. Die DDR lebt weiter auf Weltniveau. Ich will kein falsches Wort hören. Wie ist das mit den 20 Mark? Hier ist die Arbeit. Hat sich ja gar nichts verändert hier. Was soll sich auch schon verändert haben? Das Rass auf der Wiese. Ach Alex. Obst du einen Heißhunger auf Spreewald kochen? Auf Spreewald kochen? Mensch Junge, wo lebst du denn? Wir haben jetzt die D-Mark. So weit haben die uns schon, dass wir im Müll rumfischen müssen. Die sind ja auch gut. Was ist eigentlich passiert in den acht Monaten, die ich verschlafen habe? Guten Appetit und vielen Dank, dass Sie sich für Burger King entschieden haben. Muss es deine Mutter sagen? Als ob die scheiß Gropen noch nicht genug wären. Jetzt will sie auch noch Fernsehen. Ja. Zwei, eins, Berlin. Auf einer Historie hat Genosse Erich Honecker in einer großen humanitären Geste nach der Einreise der zufluchtsuchenden BRD-Bürgern zugestimmt. Mama, du bist die beste Mutter der Welt. Und wir lieben dich alle. Alex. Was ist denn? Was ist denn das? Ich weiß ja auch nicht, was die Genossen da wieder also... Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen?